Ist da jemand? Gib mir die Hand. Warte, ich will Hilfe. Ich möchte, dass ihr den Aufenthalt im Camp wie eine Art Urlaub seht. Wir haben Spaß, lernen neue Leute kennen. Ich hab auch die vier. Und zur selben Zeit analysieren wir unsere Probleme. Eine Woche lang Abenteuer, Herausforderungen und Spaß, die ihr nicht vergessen werdet. Mein Name ist Isa. Ich betreue jetzt eure Gruppe. Na los, kommt in die Gänge. Wusstet ihr, dass in Polen jedes Jahr 15.000 Menschen einfach so verschwinden und ein Drittel davon in den Welt? Dann wird durch uns die Statistik noch weiter steigen. Daniel! Daniel! Warte, Kaniela, ihr bleibt hier. Für den Fall, dass Daniel zurückkommt. Und bewegt euch nicht von hier weg, klar? Sosha und ich werden die Umgebung absuchen. Das ist bestimmt Privateigentum. Das darf man nicht betreten. Hier ist offensichtlich keiner. Können wir zurückgehen? Guten Morgen. Wir brauchen Hilfe. Unsere Freunde sind tot. Können wir zurückgehen? Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF für funk, 2017